Hallo, hier ist Christian Schemaier, Vater, Paul, Coach, Persönlichkeitsentwickler, Psychologe und so viel mehr in vielen Teilen Deutschlands und gerade im Homeoffice und erstmal wieder Blog rund um viele schöne Themen in dieser schönen, verrückten Welt, die wir da haben da draußen. Ja, wenn nicht diese übergeordneten Themen mich interessieren, spule einfach vor, morgen kommt wieder ein normales Video und, oh, das heißt, was ist noch normal, ich weiß es nicht, wenn nicht diese Themen interessieren, interessiert vielleicht auch mein Kurs Spiritualität und alles geiles Leben und der Manifestationskurs geht mitten in den Raunächten los, 26. Dezember, was für eine Zeit dafür. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemaier, euer Coach rund um Themen der Liebe, Statings und auch, ja, weiterführende Themen, auch spirituelle. Heute ist mal wieder, ja, ich finde das Wort immer schwierig, aber gut, heute ist mal wieder was Besinnliches, äh, zum, äh, schönen Advent, der, ähm, ähm, ja, ja, immer neue Überraschungen liefert, glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen und vielleicht schon wieder die nächsten, äh, Lockdowns, was, äh, ja, wo wir gar nicht drüber reden wollen, aber was sicherlich, ja, Stress macht oder auch beunruhigend ist oder auch nicht, keine Ahnung, ähm, ich wollte einfach mal einen Gedanken mit euch teilen und mal hören, wie ihr das so seht, ähm, also ich fühle das ganz stark, kann das jetzt aber auch gar nicht näher begründen und zwar, ich denke, man wartet ja so, wann, wann wird es wieder normal, also im Sinne von, ähm, ähm, wann wird es wieder wie vorher und ich glaube, es wird nicht wieder wie vorher, also es, ähm, wird dieses Normal, was ja, wenn man ganz ehrlich ist, kein Normal war, weil offensichtlich hat ja vieles nicht so gut funktioniert, äh, in unserer Welt, äh, wird es, glaube ich, also es wird kein Zurück, äh, geben, es geht jetzt weiter, es geht in neue Themen rein, neue Energien rein und das, äh, gut, ich lasse mir ja meine Optimismus da nicht nehmen, ich glaube, das ist grundsätzlich was, ähm, sehr Gutes, sehr Positives, auch wenn sich das im Moment überhaupt nicht, äh, so darstellt erstmal, ähm, und dieser, dieses Nadelöhr, wenn man so sagen kann, durch das wir gerade gepresst werden, der extrem unangenehm ist und wie gesagt, dass, äh, alle, ja, Menschen, die jetzt damit zu tun haben, ich meine, klar, ja, ich will da, äh, inhaltlich gar nicht drauf eingehen, das ist natürlich, tut mir total leid und die haben unser Mitgefühl verdient, ähm, wie auch immer sich das dann letztlich darstellt, alles, aber wie auch immer, äh, ist nicht mein Fachgebiet, aber, ähm, ich glaube, das wird nicht wieder wie vorher, ne, und, äh, da muss man sich langsam mal mal von verabschieden und wir Menschen sind ja auch, äh, bequem, wir wollen, also eigentlich wollen wir immer Veränderung und dann wollen wir sie halt doch nicht, so, und, aber jetzt ist der Zug ist irgendwie abgefahren und, äh, ja, jetzt kommt Veränderung und, äh, also ich finde, man kann so richtig fühlen, dass sich das immer mehr, äh, kumuliert jetzt, was auch immer, ich weiß auch nicht was, aber es ist immer mehr kumuliert und, ähm, ja, was auch immer da jetzt rauskommt, weiß ich auch nicht, aber, was sind das für Zeiten, ey, ne, das ist, ähm, aber ich glaube, ja, was ich sagen wollte, ist, ähm, was ich ja, wo ich ja persönlich von überzeugt bin, dass wir in der Phase stecken, wo sich die Energien erhöhen hier auf der Erde, wo man ja denkt, es wird, äh, immer schlimmer, so, äh, und da wollte ich mal drüber reden, weil, also ich kann das, meine, das sehr gut spüren zu können, ist meine Wahrnehmung, ist nur meine ganz persönliche, dass ich da, ja, irgendwas immer dünner wird und, und, ja, also, krass, also was ich für, verrückte, ach, ist auch egal, aber okay, ähm, ja, das ist immer, ähm, also man kann es spüren, aber wie wirkt denn auf das, was wir jetzt haben, lieber Mann, das wäre so, wie wirkt denn überhaupt so eine höhere Energie, das kann man übrigens im Beziehungsbereich genauso sehen, äh, wenn du mit einer hohen Energie kommst, also mit einer, also jetzt überhaupt keine Wertung, ne, ist einfach nur mit einer höheren Schwingung auf jemanden, der eine niedrigere Schwingung hat, das beißt sich irgendwie, ne, oder, oder, wie soll ich mal sagen, oder bleiben wir mal beim Liebeschip, nehmen wir mal an, du hast, äh, völlig fehlprogrammierten Liebeschip, dann kann man dir ruhig jemand vorsetzen, der total gesund ist, so, und, äh, und die eine sichere Beziehung daten würde, und wenn du, wenn der so richtig schräg programmiert ist, der Liebeschip, du würdest es quasi nicht erkennen, du würdest es nicht, ich, das würde dich total irritieren, äh, reizen, würdest du es ablehnen wahrscheinlich, und, ähm, und wie gesagt, das ist keine Wertung, das ist einfach, äh, weil es gibt sicherlich auch, also weiß ich zwar jetzt gerade auch nicht, warum, aber scheinbar wollten wir ja auch in niedrigen Energien rumspielen, keine Ahnung, ähm, aber, ähm, ja, und ich glaube, so ist es auch jetzt, dass, wenn jetzt vielleicht eine höhere Energie, ähm, hier, ja, man, das wäre so, dass sie sich hier zeigt, dann ist es nicht so, ah, jetzt ist alles, ah, da kommt jetzt eine höhere Energie, ähm, das sauge ich jetzt so auf, sondern es, es wirbelt sozusagen das niedrig schwingendere auf, so, ne, und, ähm, ja, also ich meine Ansicht nach kann man das gerade viel sehen, dass alles aufgewirbelt wird, ohne dass man jetzt immer vielleicht genau sagen kann, welche Schwingungen hatten das jetzt, das ist, glaube ich, gerade nicht sichtbar, aber es wird alles, äh, aufgewirbelt, im Großen, im Kleinen, und, ähm, ja, ob das jetzt, wie man arbeitet, wie man zur Schule geht, also, wie gesagt, das ist alles im totalen Umbruch, man kann jetzt nicht sehen, wo das letztlich bei rauskommt, äh, und das wird auch Beziehungen betreffen, wir werden, glaube ich, nach dieser Krise, wenn wir ganz anderen Wertschätzung haben für menschliche Kontakte und für schöne Dinge im Leben, aber das wird uns gut tun, glaube ich, so, ne, und, aber erst mal, äh, wirbelt es auf, und, ähm, weiß ich, nicht, ja, also es muss sich, also dieses, auch die niedrig schwingenden Energien, wie auch immer man, wo die jetzt sind, was auch immer, müssen sich halt auch anpassen, müssen mit, weil es muss, wird alles, ähm, es wird alles mitgerissen, ne, man kann nicht, ähm, also wenn die Welle kommt, dann beim Surfen, dann musst du halt irgendwie mit, also entweder versuchst sie zu surfen, oder, oder, oder kommst in die Waschmaschine, oder, aber kannst jetzt nicht sagen, nee, ich, ähm, also zumindest schon nicht, wenn die Welle jetzt schon bricht, äh, vor dir, kannst jetzt nicht sagen, ich mach nicht mit, ich will die Welle jetzt nicht, das geht nicht, ne, so, und das ist, glaube ich, gerade schwierig und super anstrengend, mal ganz ehrlich, ne, was, was, äh, äh, super anstrengend, was wird das für ein Weihnachten, oder, normalerweise würde ich jetzt immer sagen, plant Weihnachten, äh, gerade jetzt, wenn man vielleicht nur ein paar Leute treffen kann, ist, glaube ich, super wichtig, zu, ganz genau zu planen, äh, auch zu kommunizieren, äh, mit anderen, die ihr vielleicht nicht einladen könnt, warum nicht, wieso nicht, äh, reden, äh, ja, was ist mit denen die Single sind, äh, äh, also das, wirklich, ich denke schon, dass es wirklich gut ist, jetzt wirklich zu überlegen, wen hat man da in meinem, seinem Freundesbekanntenkreis, wie feiern die Weihnachten, wie stellt man sich da auf, also, dass wir das zusammen irgendwie gut machen, so, ne, und, aber wie gesagt, das würde ich eigentlich gerne sagen, man kann ja gar nicht, man kann ja gar nichts, man kann ja nichts mehr planen, das geht ja in Tagesschritten gerade, und, äh, ja, also insofern, ja, ja, surf die Welle, so gut es geht, also, was auch immer das heißt, und wie auch immer, wenig, wie das vielleicht gerade möglich ist, ne, es ist, also, sicherlich ein sehr, okay, der Vergleich hinkt gewolltig, aber sicherlich ein sehr nebliges Surfen gerade, ja, tut, was euch gut tut, ähm, hört auf eure Intuition, und, ähm, ja, meine Güte, äh, ich werde mal sehen, dass ich auch nochmal einen Livestream mache, ich gucke mal, ähm, müsst ihr nochmal gucken, also, ich schätze mal, ähm, Sam, nee, jetzt muss ich mal gerade drüberlegen, nee, Samstag geht auch nicht, ich weiß noch nicht genau, entweder Montag oder Donnerstag, glaube ich, ja, aber findet ihr auch immer auf der Startseite von meinem YouTube-Kanal, ja, ähm, genau, und wir werden uns bald wiedersehen, und dann geht's noch mal 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 wiedersehen, Vielen Dank.